Der Obernase von Herzog Natur war Standortfaktor Nummer 1. Weil sich hier so gut jagen ließ, befahl der vergnügungssüchtige und ehrgeizige Herrscher ein Schloss und eine Stadt an diesem Ort. Nun, 300 Jahre später ist das Verhältnis zwischen der Menge von Menschen und der Menge von Natur etwas anders. Von uns 85.000 Menschen in der Stadt und ihren Stadtteilen kommen statistisch gesehen gerade noch 500 Quadratmeter auf eine oder einen. Und davon sind nicht mal mehr 300 Quadratmeter Wald, Wiese, Wasser, Acker und öffentliches Grün. Aber immerhin 300 statistische grüne Quadratmeter für jede und jeden. 27.000 Bäume stehen insgesamt auf unserer Gemarkung. Wie wir diese Flächen grün erhalten und auch die bewohnten und befahrenen grün gestalten, das erzählen wir Ihnen heute. Nachdem die absolutistischen Zeiten vorüber sind, gestalten wir unsere Stadt selbst als Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen. Ein großartiger Lebensraum. 13 Kilometer von Ost nach West. 6,5 von Nord nach Süd. Das ist Ludwigsburg. Teil der grünen Nachbarschaft mit der gemeinsamen Entwicklung von Grünprojekten über kommunale Grenzen hinweg. Teil der Region Stuttgart mit ihrer ökologisch orientierten Regionalplanung und dem Landschaftsparkkonzept. Teil auch des geplanten, regionübergreifenden Landschaftsparks Neckar. Herzlich Willkommen! Jede der Epochen hinterließ gewaltige Spuren im Gesicht der Landschaft in diesen 300 Jahren. Der barocke Herrschaftsstil gefiel sich darin, die Natur so weit wie damals möglich neu zu erfinden und nach eigener Vorstellung zu gestalten. Und wo immer es ging, wurde sie wirtschaftlich ausgebeutet, wenn auch nicht durch eigene Hand. Riesige Militärlager und Kasernen prägten schon bald das Bild der Stadt im Grünen. Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert brachte Fabriken an den Ort, die Eisenbahn und immer mehr und mehr Menschen. Das Ludwigsburg im mittleren Neckarraum liegt, einer der effektivsten Autoschmieden der Welt, lässt sich an Statistiken ebenso gut ablesen wie an der Autobahn, am Straßennetz und allem, was darauf fährt. Doch auch Handel und Handwerk sind stark in Ludwigsburg und natürlich auch zukunftsorientierte Branchen wie Film und Medien. In einem groß angelegten Diskussionsprozess entwickelten Bürgerinnen und Bürger zusammen mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat ein Stadtentwicklungskonzept. Ganz wichtige Themen dabei? Grün in der Stadt und ressourcenschonender Umgang mit Energie. Über ein Ökokonto werden Projekte bewertet, bekommen die Ansprüche der Natur zusätzlichen starken Rückhalt. Damit alle Anregungen und Ideen richtig wurzeln, wachsen und tragen, damit ein großes Ganzes entwickelt wird und kein Stückwerk, damit Ludwigsburg tatsächlich immer weiter aufblüht, hat die Stadt einen umfassenden Grünleitplan entwickelt. Der erklärt die bestehenden Flächen und ihre Nutzungen präzise und verständlich. Er beschreibt Ziele wie die umweltbewusste Einbettung von Wohngebieten oder die Entwicklung und Vernetzung von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere in konkreten Projekten und erstellt sie den örtlichen Entscheiderinnen und Entscheidern als Aufgabe. Wie weit wir bisher schon sind, welche dauerhaft umweltfreundlichen Projekte in jahrelanger Arbeit kontinuierlich entwickelt und mit großem Engagement von Fachleuten, Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt wurden und werden, das werden sie im Lauf der nächsten Stunden erleben können. Einen sinnlichen und sinnreichen Tag wünschen wir Ihnen in Ludwigsburg, der grünen Stadt.